Lektion 1. Wie schalte ich mein neues Handy ein? Hey Anna, ich habe Probleme herauszufinden, wie ich mein neues Handy einschalten kann. Könntest du mir helfen? Natürlich, John. Suchen Sie zunächst den Netzschalter an der Seite oder Oberseite Ihres Telefons. Hab es gefunden. Was soll ich jetzt tun? Halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert oder der Bildschirm aufleuchtet. Oh, ich verstehe. Das werde ich jetzt versuchen. Hat sich das Telefon eingeschaltet? Ja, das hat es. Der Bildschirm ist jetzt beleuchtet. Gute Arbeit, John. Jetzt können Sie mit der Erkundung Ihres neuen Telefons beginnen. Danke, Anna. Ich schätze deine Hilfe. Lektion 2. Der Hund hat Hunger Anna, sieh mal. Der Hund frisst etwas aus dem Napf. Oh, es muss hungrig sein. Womit fütterst du es? Es frisst Hundefutter. Es wurde speziell für Hunde entwickelt. Ist es eine bestimmte Marke oder ein bestimmter Geschmack? Ja, es ist eine beliebte Marke namens Happy Puss. Dieser ist der Hühnergeschmack. Macht es dem Hund Spaß? Ja, es scheint ihm wirklich zu gefallen. Beim Essen wedelt es mit dem Schwanz. Das ist ein gutes Zeichen. Es muss dem Hund köstlich schmecken. Das denke ich auch. Es ist wichtig, Ihnen Nahrung zu geben, die Sie genießen und die nahrhaft ist. Definitiv. Sie sollten auch darauf achten, dem Hund frisches Wasser zum Trinken zur Verfügung zu stellen. Absolut. Ich sorge immer dafür, dass eine Schüssel mit Wasser in der Nähe ist. Das ist großartig. Hunde müssen hydratisiert bleiben, besonders nach dem Essen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, auf ihre Grundbedürfnisse zu achten und für eine ausgewogene Ernährung zu sorgen. Wie oft fütterst du den Hund? Normalerweise füttere ich es zweimal am Tag, einmal morgens und einmal abends. Das klingt nach einem guten Zeitplan. Regelmäßige Fütterungszeiten helfen dabei, eine Routine für den Hund zu etablieren. Ja, es hilft, ihren Appetit und ihre Verdauung aufrecht zu erhalten. Gibt es noch etwas, das Sie beim Füttern eines Hundes beachten müssen? Nun, es ist wichtig, die empfohlene Portionsgröße für ihre Rasse und ihr Alter einzuhalten. Das stimmt. Über- oder unter Ernährung kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Genau. Ich konsultiere immer den Tierarzt, um sicherzustellen, dass ich die richtige Menge Futter gebe. Das ist ein verantwortungsvoller Ansatz. Es ist immer gut, sich professionell beraten zu lassen. Ich möchte sicherstellen, dass der Hund gesund und glücklich bleibt. Danke, Anna. Es ist eine Freude, einen pelzigen Freund zu haben, um den man sich kümmern muss. Das kann ich mir vorstellen. Haustiere bringen so viel Glück und Kameradschaft in unser Leben. Das tun sie auf jeden Fall. Es ist eine besondere Bindung, die wir mit unseren Tierfreunden teilen. Nun, mach weiter so, John. Der Hund hat Glück, dich zu haben. Das werde ich, Anna. Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und dafür, dass Sie mit mir über die Essenszeit des Hundes gesprochen haben. Lektion 3 – Klavierspielen lernen Anna, ich habe darüber nachgedacht, Klavierspielen zu lernen. Es scheint ein lustiges Instrument zu sein. Das ist eine großartige Idee, John. Klavierspielen kann ein wunderbares Hobby sein. Wo sollte ich anfangen? Hast du irgendwelche Empfehlungen für Anfänger? Ich schlage vor, einen Klavierlehrer zu finden oder sich für den Unterricht an einer Musikschule anzumelden. Sie können sie durch die Grundlagen führen und Ihnen helfen, ein solides Fundament zu schaffen. Das ergibt Sinn. Ich werde versuchen, einen Lehrer oder eine Musikschule in meiner Nähe zu finden. Das Lesen von Noten zu lernen ist eine grundlegende Fähigkeit, um Klavier spielen zu können. Es ist wie eine Musiksprache, die du verstehen musst. Noten zu lesen klingt herausfordernd, aber ich bin bereit für die Herausforderung. Ich werde üben und mit der Zeit besser werden. Das ist der Geist, John. Mit etwas Übung werden sie sich beim Lesen von Noten wohler fühlen. Gibt es spezielle Übungen oder Lieder, die du Anfängern empfehlen würdest? Für Anfänger ist es gut, mit einfachen Übungen zu beginnen, bei denen die Handkoordination und die Fingerstärke im Vordergrund stehen. Du kannst auch versuchen, anfängerfreundliche Lieder zu lernen, damit die Dinge unterhaltsam und fesselnd bleiben. Ich werde dafür sorgen, dass ich ein paar Anfängerübungen und Lieder zum Üben finde. Haben Sie besondere Empfehlungen? Eine klassische Anfängerübung ist das Spielen von Wagen. Es hilft bei der Fingerkoordination. Was die Songs angeht, so ist Twinkle, Twinkle, Little Star von Anfang an sehr beliebt. Ich werde auf jeden Fall Skalen und Twinkle, Twinkle, Little Star in meine Übungsroutine aufnehmen. Danke für die Vorschläge, Anna. Du bist willkommen, John. Denke daran, regelmäßig zu üben, auch wenn es nur ein paar Minuten pro Tag sind. Beständigkeit ist der Schlüssel zur Verbesserung Ihrer Klavierfähigkeiten. Das behalte ich im Hinterkopf. Ich freue mich darauf, diese musikalische Reise zu beginnen und meine Fortschritte im Laufe der Zeit zu sehen. Ich freue mich auch für dich, John. Klavierspielen kann so viel Freude und Erfüllung bringen. Genieße den Prozess und habe Spaß damit. Das werde ich, Anna. Vielen Dank für Ihre Ermutigung und Ihren Rat. Ich kann es kaum erwarten, eines Tages meine Lieblingslieder auf dem Klavier zu spielen. Du bist willkommen, John. Ich glaube an dich. Übe weiter und du wirst deine musikalischen Ziele erreichen. Lektion 4 Hast du meine Katze gesehen? Anna, hast du meine Katze gesehen? Ich kann sie nirgends finden. Oh nein, John. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Ich habe sie am Morgen gesehen, aber danach ist sie verschwunden. Lass uns das Haus zusammen durchsuchen. Katzen können sich manchmal an unerwarteten Orten verstecken. Gute Idee. Ich schaue im Wohnzimmer nach, während du die Küche durchsuchst. Ich sehe sie nicht in der Küche. Vielleicht versteckt sie sich unter einem Bett oder hinter Möbeln. Ich sehe in den Schlafzimmern nach, ob sie da ist. Hattest du Glück, John? Katzen können sehr gut darin sein, kleine Versteckmöglichkeiten zu finden. Denken wir wie eine Katze und schauen wir an gemütlichen Stellen nach. Du hast recht. Vielleicht ist sie in einem Schrank oder hinter einem Vorhang. Irgendeine Spur von ihr? Ich habe sie gefunden. Sie lag zusammengerollt in einer gemütlichen Ecke des Schranks. Das ist eine Erleichterung. Katzen lieben es, bequeme Plätze zum Nickerchen zu finden. Ich bin froh, dass sie in Sicherheit ist. Ich habe mir Sorgen gemacht. Es ist immer eine gute Idee, alle Verstecke zu überprüfen, wenn sie keine Katze finden können. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Danke für deine Hilfe, Anna. Kein Problem, John. Ich bin froh, dass wir sie gefunden haben. Katzen können ziemlich boshaft sein. Sie halten uns definitiv auf Trab. Ich bin einfach froh, dass sie zurück ist. Streichel sie extra, damit sie weiß, dass sie geliebt wird. Absolut. Sie verdient all die Liebe und Aufmerksamkeit. Lektion 5. Ich muss etwas Wasser kochen. Anna, ich muss etwas Wasser kochen. Wissen Sie, wie das geht? Ja, John. Wasser kochen ist ganz einfach. Füllen Sie zuerst einen Wasserkocher oder einen Topf mit Wasser. Wie viel Wasser sollte ich einfüllen? Es hängt davon ab, wie viel abgekochtes Wasser Sie benötigen. Füllen Sie es nach Ihren Anforderungen aus. Ich hab's. Was ist der nächste Schritt? Stellen Sie den Wasserkocher oder Topf auf den Herd oder Elektrobrenner. Soll ich jetzt den Herd einschalten? Ja, drehen Sie den Knopf auf eine mittlere oder hohe Hitzeeinstellung. Und dann? Warte, bis sich das Wasser erwärmt hat. Sie werden sehen, wie sich Blasen bilden und an die Oberfläche steigen. Wie lange dauert das Kochen normalerweise? Es variiert, aber normalerweise dauert es ein paar Minuten, bis das Wasser zum Kochen kommt. Was mache ich, wenn es kocht? Wenn das Wasser kocht, können Sie den Herd ausschalten oder den Topf von der Wärmequelle nehmen. Muss ich warten, bis es abgekühlt ist, bevor ich es verwende? Ja, es ist wichtig, das abgekochte Wasser abkühlen zu lassen, bevor Sie es verwenden. Heißes Wasser kann gefährlich sein. Wie kann ich den Kühlprozess beschleunigen? Du kannst das abgekochte Wasser in einen anderen Behälter wie einen hitzebeständigen Krug oder ein Glas umfüllen, damit es schneller abkühlt. Das ist eine gute Idee. Gibt es weitere Tipps, die ich über kochendes Wasser wissen sollte? Es ist wichtig, sauberes Trinkwasser zum Kochen zu verwenden. Und gehen Sie immer vorsichtig mit kochendem Wasser um, um Unfälle oder Verbrennungen zu vermeiden. Das behalte ich im Hinterkopf. Sicherheit geht vor. Danke für den Rat, Anna. Du bist willkommen, John. Das Kochen von Wasser ist eine grundlegende Fähigkeit in der Küche, die sich für verschiedene Zwecke als nützlich erweist. Ich schätze deine Anleitung. Jetzt kann ich getrost Wasser kochen, wann immer ich muss. Das ist toll zu hören, John. Bleiben Sie sicher und genießen Sie die Verwendung Ihres abgekochten Wassers. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Lektion 6 Meine Fahrprüfung steht vor der Tür Anna, meine Fahrprüfung steht vor der Tür und ich bin nervös. Irgendwelche Tipps, wie man sich konzentrieren kann? Mach dir keine Sorgen, John. Ich verstehe deine Nervosität. Eine Möglichkeit, sich zu konzentrieren, besteht darin, einen Studienplan zu erstellen und sich daran zu halten. Das klingt nach einer guten Idee. Wie oft sollte ich lernen? Strebe regelmäßige Trainingseinheiten an, vielleicht eine Stunde pro Tag, um dein Wissen und deine Fähigkeiten zu erweitern. Ich mache einen Stundenplan und nehme mir Zeit für das Lernen. Was kann ich sonst tun? Suchen Sie sich einen ruhigen und bequemen Ort zum Lernen, frei von Ablenkungen wie Lärm- oder elektronischen Geräten. Das ergibt Sinn. Ich werde eine friedliche Lernumgebung schaffen. Wie wäre es, während der Prüfung selbst konzentriert zu bleiben? Tiefe Atemübungen können helfen, den Geist zu beruhigen und die Konzentration zu erhöhen. Atmen Sie vor und während der Prüfung langsam und tief durch. Ich werde daran denken, tief durchzuatmen, um ruhig und zentriert zu bleiben. Sonst noch etwas? Visualisierung kann hilfreich sein. Schließe deine Augen und stell dir vor, du fährst selbstbewusst und absolvierst die Prüfung erfolgreich. Ich stelle mir vor, wie ich reibungslos fahre und die Prüfung bestehe. Das klingt nach einer großartigen Technik. Gibt es bestimmte Bereiche, auf die ich mich konzentrieren sollte? Achten Sie auf die Straßenregeln, Verkehrszeichen und Signale. Machen Sie sich mit gängigen Fahrmaneuvern wie Spurwechsel und Parken vertraut. Ich werde diese Bereiche im Detail untersuchen. Übung ist auch wichtig, oder? Absolut. Üben Sie regelmäßig das Fahren mit einem zugelassenen Erwachsenen und konzentrieren Sie sich auf Bereiche, die Sie als Herausforderung empfinden. Ich werde dafür sorgen, dass ich viel Übung bekomme. Es geht darum, Selbstvertrauen aufzubauen. Irgendwelche Lastminute-Tipps für den eigentlichen Prüfungstag? Schlafen Sie vor der Prüfung gut, frühstücken Sie gesund und kommen Sie früh am Testort an, um Stress in letzter Minute zu vermeiden. Ich werde meinem Schlaf Priorität einräumen und ein nahrhaftes Frühstück einnehmen. Pünktlichkeit ist ebenfalls wichtig. Danke für all die Ratschläge, Anna. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, dass Selbstvertrauen mit Vorbereitung einhergeht. Glaub an dich selbst und viel Glück bei deiner Fahrprüfung. Ich schätze deine Unterstützung und Ermutigung, Anna. Ich werde mein Bestes geben und die Prüfung mit einer positiven Einstellung angehen. Lektion 7. Wo ist deine Heimatstadt? Anna, wo ist deine Heimatstadt? Ich bin neugierig, mehr darüber zu erfahren. Meine Heimatstadt ist eine kleine Stadt namens Oakwele. Es befindet sich im Bundesstaat Kalifornien. Oh, das klingt herrlich. Wofür ist Oakwele bekannt? Oakwele ist bekannt für seine wunderschönen Weinberge und Weingüter. Es ist ein beliebtes Ziel für Weinliebhaber. Das muss für eine malerische Umgebung sorgen. Gibt es noch andere bemerkenswerte Attraktionen in Oakwele? Ja, wir haben auch eine bezaubernde Innenstadt mit einzigartigen Geschäften, Restaurants und Kunstgalerien. Es ist ein großartiger Ort zum Erkunden. Es macht mir Spaß, neue Orte zu entdecken. Wie ist die Community in Oakwele? Die Gemeinschaft in Oakwele ist sehr eng miteinander verbunden und freundlich. Die Menschen sind stolz auf ihre Stadt und unterstützen lokale Unternehmen. Es ist immer schön, Teil einer engen Gemeinschaft zu sein. Gibt es jährliche Veranstaltungen oder Festivals in Oakwele? Ja, Oakwele veranstaltet jedes Jahr ein Weinfest, bei dem Besucher eine Vielzahl von Weinen aus lokalen Weinbergen probieren können. Es ist eine unterhaltsame und lebendige Veranstaltung. Das klingt nach einem fantastischen Festival. Gibt es noch etwas, das Oakwele besonders macht? Oakwele ist von malerischen Landschaften und sanften Hügeln umgeben. Es ist ein großartiger Ort für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Radfahren. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Oakwele klingt nach einem Ort, den ich gerne besuchen würde. Gibt es lokale Köstlichkeiten oder Gerichte, die ich probieren sollte? Oakwele ist bekannt für seine Küche vom Bauernhof bis zum Tisch. Sie sollten auf jeden Fall die frischen lokalen Produkte und den handwerklichen Käse probieren. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Oakwele klingt nach einem wunderbaren Ort zum Leben. Danke fürs Teilen, Anna. Du bist willkommen, John. Es ist mir eine Freude, über meine Heimatstadt zu sprechen. Wenn du mich jemals besuchst, führe ich dich gerne herum. Lektion 8 Ich habe gehört, dass diese Stadt ein fantastisches Nachtleben hat. Anna, ich habe gehört, dass diese Stadt ein fantastisches Nachtleben hat. Hast du es erlebt? Ja, John. Das Nachtleben hier ist unglaublich. Es gibt viele Möglichkeiten für Unterhaltung und Spaß. Das klingt aufregend. Was sind einige beliebte Orte, an die man nachts gehen kann? Es gibt lebhafte Clubs, Bars und Lounges, in denen Sie tanzen, Livemusik hören oder mit Freunden einen Drink genießen können. Ich bin kein großer Tänzer, aber ich würde gerne Livemusik hören. Irgendwelche spezifischen Empfehlungen? In der Innenstadt gibt es einen gemütlichen Jazzclub mit talentierten lokalen Musikern. Es ist ein großartiger Ort, um sich zu entspannen und die Musik zu genießen. Ich wollte schon immer Live-Jazz erleben. Ich bin dabei. Gibt es noch andere einzigartige Erlebnisse im Nachtleben? Sie können auch Bars auf dem Dach mit herrlichem Blick auf die Skyline der Stadt finden. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und die Atmosphäre zu genießen. Das klingt fantastisch. Ich liebe die Aussicht auf das Dach. Sind diese Orte bis spät in die Nacht geöffnet? Ja, viele von Ihnen haben bis spät in die Nacht geöffnet, sodass Sie das Nachtleben bis in die frühen Morgenstunden genießen können. Ich muss meine Abende entsprechend planen. Was ist mit der Sicherheit? Ist es generell sicher, nachts draußen zu sein? Es ist immer wichtig, sich Ihrer Umgebung bewusst zu sein und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Halten Sie sich an gut beleuchtete Bereiche und gehen Sie mit vertrauenswürdigen Freunden aus. Sicherheit geht natürlich vor. Danke für die Erinnerung. Ich kann es kaum erwarten, das pulsierende Nachtleben der Stadt zu erkunden. Du bist willkommen, John. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Denken Sie nur daran, Ihr Tempo zu halten und verantwortungsbewusst zu genießen. Absolut. Ich werde dafür sorgen, dass Sie einen unvergesslichen und verantwortungsvollen Abend haben. Danke für die Einblicke, Anna. Kein Problem, John. Haben Sie eine fantastische Zeit und machen Sie das Beste aus dem poesierenden Nachtleben der Stadt. Lektion 9 Kaufst du viel online ein? Anna, kaufst du viel online ein? Ja, John. Online-Shopping ist bequem und bietet eine Vielzahl von Optionen. Ich habe darüber nachgedacht, es auszuprobieren. Wie funktioniert online-Shopping? Sie durchsuchen Websites oder Apps, wählen die gewünschten Artikel aus, legen Sie in Ihren Warenkorb und gehen zur Kasse. Ist es sicher, meine persönlichen Daten und Zahlungsinformationen online einzugeben? Seriöse Online-Shops verfügen über sichere Zahlungssysteme zum Schutz Ihrer Daten. Achten Sie auf sichere Checkouts und lesen Sie Bewertungen, bevor Sie einen Kauf tätigen. Das ist beruhigend. Gibt es irgendwelche Vorteile beim Online-Shopping? Definitiv. Online-Shopping ermöglicht es Ihnen, Preise zu vergleichen, Bewertungen zu lesen und bequem von zu Hause aus einzukaufen. Das klingt praktisch. Gibt es irgendwelche Nachteile? Manchmal können Sie Artikel vor dem Kauf nicht ausprobieren und es kann zu Lieferverzögerungen kommen. Es ist wichtig, auch die Rückgabebedingungen zu überprüfen. Das behalte ich im Hinterkopf. Gibt es Tipps, um die besten Angebote online zu finden? Suchen Sie nach Rabattcodes, melden Sie sich für Newsletter an und folgen Sie den Social-Media-Konten Ihrer Lieblingsshops für Werbeaktionen und Verkäufe. Gute Tipps! Wie lange dauert die Lieferung normalerweise? Das hängt vom Geschäft und der Versandart ab. Einige bieten schnelle Versandoptionen, während andere länger dauern können. Ich werde die voraussichtlichen Lieferzeiten überprüfen, bevor ich eine Bestellung aufgebe. Kann ich Artikel zurücksenden, wenn ich nicht zufrieden bin? Viele Online-Shops haben Rückgabebedingungen. Lesen Sie sie sorgfältig durch, um den Rückgabeprozess und die damit verbundenen Kosten zu verstehen. Ich werde die Rückgabebedingungen unbedingt lesen. Irgendwelche anderen Ratschläge für einen Online-Shopper für Anfänger? Beginnen Sie mit vertrauenswürdigen, bekannten Websites oder Geschäften. Lesen Sie Produktbeschreibungen, Größentabellen und Kundenrezensionen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich werde diese Schritte unternehmen, um ein reibungsloses Online-Einkaufserlebnis zu gewährleisten. Danke für die Anleitung, Anna. Du bist willkommen, John. Viel Spaß beim Online-Shopping. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Lektion 10 Nein, ich muss eine neue Telefonkarte kaufen. Anna, ich muss eine neue Telefonkarte kaufen. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Sicher, John. Nach welcher Art von Telefonkarte suchen Sie? Präpeit oder Postkite? Ich bevorzuge eine Präpeit-Telefonkarte. Ich möchte die Kontrolle über meine Ausgaben haben. Das ergibt Sinn. Suchen Sie ein bestimmtes Mobilfunknetz oder einen zuverlässigen Anbieter. Ich habe keine Präferenz. Solange es eine gute Abdeckung und erschwingliche Preise bietet. In diesem Fall schlage ich vor, einige beliebte Präpeit-Tarife verschiedener Anbieter zu vergleichen. Wie kann ich die Tarife vergleichen? Gibt es bestimmte Faktoren, die ich berücksichtigen sollte? Achten Sie auf Faktoren wie Anruf und Datenvolumen, Gültigkeitsdauer, internationale Telefonoptionen und zusätzliche Vergünstigungen wie Datenübertragungen oder Bonusguthaben. Ich werde diese Faktoren berücksichtigen, wenn ich die Pläne vergleiche. Gibt es ein bestimmtes Geschäft oder eine bestimmte Website, die ich besuchen sollte? Sie können die Website der großen Mobilfunkanbieter besuchen oder in ein nahegelegenes Geschäft gehen, das Telefonkarten verkauft. Das ist hilfreich. Wie aktiviere ich die Telefonkarte, wenn ich einen Plan ausgewählt habe? Der Aktivierungsprozess kann variieren, aber normalerweise können Sie die Karte aktivieren, indem Sie die bereitgestellten Anweisungen befolgen, entweder online oder indem Sie eine bestimmte Nummer anrufen. Ich werde sicherstellen, dass ich die Anweisungen sorgfältig befolge. Kann ich die Präpeit-Karte später aufladen, wenn mir das Guthaben ausgeht? Ja, mit den meisten Präpeit-Karten können Sie Ihr Guthaben aufladen oder aufladen. Sie können dies online, über eine Mobile-App oder in autorisierten Geschäften tun. Das ist praktisch. Ich muss nicht jedes Mal eine neue Karte kaufen, wenn mir das Guthaben ausgeht. Gibt es versteckte Gebühren, die ich beachten sollte? Bei einigen Anbietern fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren wie Verbindungsgebühren oder Servicegebühren an. Lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen, um mögliche Kosten zu verstehen. Ich werde die allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig lesen, um Überraschungen zu vermeiden. Danke für den Rat, Anna. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, Sie finden eine passende Telefonkarte, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Lektion 11 Ich suche günstige Flugtickets. Anna, ich plane eine Reise und suche nach günstigen Flugtickets. Hast du irgendwelche Tipps? Absolut, John. Die Suche nach günstigen Flugtickets erfordert etwas Recherche und Flexibilität. Wo sollte ich meine Suche nach einem erschwinglichen Flug beginnen? Schauen Sie zunächst auf verschiedenen Online-Reise-Websites nach und vergleichen Sie die Preise verschiedener Fluggesellschaften. Sollte ich direkt über die Website der Fluggesellschaft buchen oder eine Website eines Drittanbieters nutzen? Beide Optionen sind praktikabel. Manchmal bieten Websites von Drittanbietern exklusive Angebote an, aber es ist gut, die Preise auch auf der Website der Fluggesellschaft zu vergleichen. Das ergibt Sinn. Gibt es bestimmte Tage oder Zeiten, an denen Flüge tendenziell günstiger sind? Generell sind Flüge an Wochentagen und Abfüge am frühen Morgen oder spät in der Nacht günstiger als die Hauptreisezeiten. Das werde ich bei der Planung meiner Reise berücksichtigen. Gibt es noch andere Faktoren, die die Ticketpreise beeinflussen können? Ja, Faktoren wie die Jahreszeit, die Nachfrage nach dem Reiseziel und wie weit im Woaus Sie buchen, können sich ebenfalls auf die Ticketpreise auswirken. Ich werde versuchen, mit meinen Reisedaten flexibel zu sein und im Woaus zu buchen. Irgendwelche Tipps für die Suche nach Sonderaktionen oder Rabatten? Melden Sie sich für Newsletter von Fluggesellschaften an, folgen Sie Ihren Social-Media-Konten und richten Sie Tarifbenachrichtigungen ein, um über Sonderangebote und ermäßigte Tarife auf dem Laufenden zu bleiben. Ich werde sicherstellen, auf dem Laufenden zu bleiben und Sonderangebote zu nutzen. Gibt es versteckte Gebühren, auf die ich achten sollte? Ja, achten Sie auf zusätzliche Gebühren wie Gepäckgebühren, Gebühren für die Sitzplatzauswahl oder Gebühren für Flugänderungen. Lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch. Ich werde die allgemeinen Geschäftsbedingungen noch einmal überprüfen, um unerwartete Gebühren zu vermeiden. Danke für die Vorwarnung, Anna. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, Sie finden tolle Angebote für Ihre Flugtickets. Hab eine fantastische Reise. Lektion 12. Ich denke darüber nach, einen Sommerjob zu bekommen. Anna, ich denke darüber nach, einen Sommerjob zu bekommen. Irgendwelche Vorschläge? Das ist eine großartige Idee, John. Es gibt viele Möglichkeiten für Sommerjobs. Für welche Art von Arbeit interessierst du dich? Ich bin offen für verschiedene Möglichkeiten. Was sind einige gängige Sommerjobs für Studenten? Du könntest erwähnen, als Rettungsschwimmer, Campberater, Einzelhandelsangestellter oder sogar als Restaurantangestellter zu arbeiten. Die klingen interessant. Wie finde ich Sommerjobangebote? Sie können Onlinejobbörsen, lokale Zeitungen oder Unternehmen in Ihrer Nähe besuchen, um sich nach Stellenangeboten für den Sommer zu erkundigen. Sollte ich einen Lebenslauf oder ein Anschreiben vorbereiten, wenn ich mich für einen Sommerjob bewerbe? Es ist eine gute Idee, einen Lebenslauf erstellen zu lassen, auch wenn es sich um einen einfachen Lebenslauf handelt, in dem Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen hervorgehoben werden. Ich werde daran arbeiten, einen Lebenslauf zu erstellen, um meine Qualifikationen zu präsentieren. Irgendwelche Tipps für ein Vorstellungsgespräch? Kleiden Sie sich ordentlich, seien Sie pünktlich und bereiten Sie sich auf einige Fragen zum Job vor. Heben Sie während des Interviews auch Ihre Stärken und Ihren Enthusiasmus hervor. Ich werde darauf achten, mich professionell zu kleiden und meine Begeisterung zu zeigen. Mit wie vielen Stunden kann ich rechnen, um in einem Sommerjob zu arbeiten? Die Anzahl der Stunden kann je nach Beruf und Arbeitgeber variieren. Einige Jobs bieten Teilzeitstunden an, während andere Vollzeitstunden anbieten können. Ich werde meine Verfügbarkeit und Präferenzen prüfen, bevor ich ein Stellenangebot akzeptiere. Ist es möglich, einen Sommerjob zu finden, der zu meinem Studienfach passt? Das ist möglich, besonders wenn du etwas Bestimmtes studierst. Suchen Sie nach Praktika oder Einstiegspositionen, die zu Ihrem Studienfach passen. Das wäre toll. Es wäre von Vorteil, einschlägige Erfahrungen zu sammeln. Gibt es Zertifizierungen oder Schulungen, die ich in Betracht ziehen sollte? Für einige Jobs, wie Rettungsschwimmer oder die Arbeit mit Kindern, sind möglicherweise spezielle Zertifizierungen oder Schulungen erforderlich. Informieren Sie sich vorab über die Stellenanforderungen. Ich werde nach allen erforderlichen Zertifizierungen und Schulungen suchen, um sicherzustellen, dass ich die Stellenanforderungen erfülle. Danke für den Rat, Anna. Du bist willkommen, John. Viel Glück bei Ihrer Sommerjobsuche. Ich bin mir sicher, dass Sie eine großartige Gelegenheit finden werden. Lektion 13. Haben Sie Erfahrung im Personalmanagement? Anna, hast du Erfahrung im Personalmanagement? Ja, John. In meinem vorherigen Job habe ich Erfahrung in der Leitung von Teams. Das ist beeindruckend. Welche Schlüsselkompetenzen sind für ein effektives Personalmanagement erforderlich? Kommunikation, Führung, Problemlösung und die Fähigkeit, Teammitglieder zu motivieren und zu unterstützen, sind entscheidend. Wie gehst du mit Konflikten innerhalb eines Teams um? Es ist wichtig, Konflikte frühzeitig anzugehen, beiden Seiten zuzuhören und eine offene und respektvolle Kommunikation zu ermöglichen, um eine Lösung zu finden. Das behalte ich im Hinterkopf. Wie motivieren Sie Ihre Teammitglieder? Die Anerkennung Ihrer Leistungen, die Bereitstellung von Feedback und Unterstützung sowie die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds können die Teammitglieder motivieren. Das klingt nach einem großartigen Ansatz. Haben Sie schon einmal mit schwierigen Mitarbeitern zu tun gehabt? Ja, der Umgang mit schwierigen Mitarbeitern ist Teil des Personalmanagements. Es erfordert Geduld, Verständnis und professionelle Behandlung von Problemen. Wie stellen Sie sicher, dass die Teammitglieder auf gemeinsame Ziele hinarbeiten? Was ist mit Leistungsbewertungen? Wie führt man sie effektiv durch? Leistungsbeurteilungen beinhalten konstruktives Feedback, die Festlegung von Zielen und die Erörterung von Verbesserungs- und Wachstumsbereichen mit den Teammitgliedern. Ich verstehe. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, mit denen Sie im Personalmanagement konfrontiert sind? Jedes Team und jede Situation ist einzigartig, sodass die Herausforderungen variieren können. Zu den häufigsten Herausforderungen gehören die Aufrechterhaltung der Moral, der Umgang mit Konflikten und der Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemliche Herausforderung sein kann. Irgendwelche Ratschläge für jemanden, der an einer Karriere im Personalmanagement interessiert ist. Entwickeln Sie Ihre zwischenmenschlichen und kommunikativen Fähigkeiten, suchen Sie nach Möglichkeiten, Projekte zu leiten und zu verwalten und lernen Sie von erfahrenen Managern. Ich werde daran arbeiten, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Danke, dass du deine Erkenntnisse und Erfahrungen geteilt hast, Anna. Du bist willkommen, John. Wenn Sie weitere Fragen zum Personalmanagement haben, können Sie diese gerne stellen. Lektion 14. Warst du schon einmal in Mexiko-Stadt? Anna, warst du schon einmal in Mexiko-Stadt? Ja, John. Ich war vor ein paar Jahren in Mexiko-Stadt. Es ist eine lebendige und kulturell reiche Stadt. Das klingt unglaublich. Was sind einige Orte in Mexiko-Stadt, die man unbedingt besuchen muss? Das historische Zentrum, der Chapultepec Park, das Frida Kahlo Museum und Xochimilco sind beliebte Attraktionen in Mexiko-Stadt. Ich werde diese Orte auf jeden Fall besuchen. Gibt es ein lokales Gericht, das ich probieren sollte? Du musst Tacos probieren. Sie sind köstlich und ein Grundnahrungsmittel der mexikanischen Küche. Verpassen Sie auch nicht, authentisches Street-Food zu probieren. Tacos klingen verlockend. Gibt es Sicherheitsbedenken, die ich beachten sollte? Wie in jeder Großstadt ist es wichtig, vorsichtig zu bleiben und sich Ihrer Umgebung bewusst zu sein. Vermeiden Sie abgelegene Gebiete und treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Das behalte ich im Hinterkopf und bleibe wachsam. Wie ist das öffentliche Verkehrssystem in Mexiko-Stadt? Mexiko-Stadt verfügt über ein ausgedehntes öffentliches Verkehrssystem, einschließlich der U-Bahn und der Busse. Es ist eine bequeme Art, sich in der Stadt fortzubewegen. Das ist gut zu wissen. Gibt es bestimmte kulturelle Bräuche oder Etikette, die ich beachten sollte? Mexikaner sind im Allgemeinen herzliche und freundliche Menschen. Es ist höflich, Leute mit einem Handschlag oder einer Umarmung zu begrüßen. Versuche auch, ein paar grundlegende spanische Sätze zu lernen. Ich werde mein Spanisch auffrischen und die lokalen Gepflogenheiten respektieren. Gibt es eine gute Jahreszeit, um Mexiko-Stadt zu besuchen? Das Wetter ist im Allgemeinen das ganze Jahr über mild, aber Frühling und Herbst sind angenehme Jahreszeiten für einen Besuch. Die Sommer können heiß sein und die Winter können nachts kalt werden. Dann plane ich meinen Besuch im Frühling oder Herbst. Verhandlungen sind auf lokalen Märkten üblich. Bieten Sie zunächst einen niedrigeren Preis an und seien Sie bereit, zu verhandeln, bis Sie einen einvernehmlichen Preis erzielt haben. Ich werde es versuchen und mein Verhandlungsgeschick testen. Danke für die Tipps, Anna. Du bist willkommen, John. Ich bin mir sicher, dass Sie eine fantastische Zeit haben werden, um Mexiko-Stadt zu erkunden. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Lektion 15. Hast du gestern Abend das Basketballspiel gesehen? Anna, hast du gestern Abend das Basketballspiel gesehen? Es war so intensiv. Ja, John. Ich konnte meinen Blick nicht vom Bildschirm abwenden. Es war so ein aufregendes Spiel. Die Spieler waren unglaublich. Ihre Fähigkeiten und ihr Teamwork kamen voll zur Geltung. Ich war besonders beeindruckt von diesem unglaublichen Dunk im dritten Quartal. Es brachte die gesamte Menge auf die Beine. Oh, ich weiß genau, von welchem Moment du sprichst. Dieser Dunk war nicht von dieser Welt. Es wird auf jeden Fall wiederholt werden. Und wie wäre es mit dem Dreizeiger am Buzzer? Es war ein bahnbrechender Schuss, der den Sieg für ihr Team besiegelte. Absolut. Es war ein Kupplungsschuss, der alle in Ehrfurcht versetzte. Die Menge brach in Jubel aus, als sie hineinging. Die Energie in der Arena muss unglaublich gewesen sein. Ich konnte die Aufregung sogar durch den Fernseher spüren. Es war elektrisch. Die Fans sangen und jubelten während des gesamten Spiels. Es hat eine tolle Atmosphäre geschaffen. In Momenten wie diesen liebe ich Basketball noch mehr. Die Leidenschaft und Intensität sind unübertroffen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Basketball bringt Menschen zusammen und schafft unvergessliche Momente. Hast du einen Lieblingsspieler aus dem Spiel? Es ist schwer, nur einen auszuwählen. Jeder Spieler stellte seine Fähigkeiten auf unterschiedliche Weise unter Beweis. Sie alle haben zu dem spannenden Spiel beigetragen. Das stimmt. Es war eine gemeinsame Anstrengung, die das Spiel so unvergesslich gemacht hat. Ich kann das nächste Spiel kaum erwarten. Ich freue mich schon auf weitere spannende Theaterstücke und unvergessliche Momente. Ich auch, John. Sorgen wir dafür, dass wir es nicht verpassen. Es wird ein weiterer unglaublicher Showdown. Absolut. Wir werden unser Popcorn bereit haben und jede Sekunde des Spiels genießen. Klingt nach einem Plan. Machen wir uns bereit für ein weiteres aufregendes Basketballerlebnis. Lektion 16 Hast du bemerkt, wie schlimm die Umweltverschmutzung in letzter Zeit war? Anna, ist dir aufgefallen, wie schlimm die Umweltverschmutzung in letzter Zeit war? Ja, John. Es ist ziemlich besorgniserregend. Die Luftqualität scheint sich zu verschlechtern. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptursachen für Umweltverschmutzung? Faktoren wie Industrieemissionen, Fahrzeugabgase und unsachgemäße Abfallentsorgung tragen zur Umweltverschmutzung bei. Es ist traurig zu sehen, welche Auswirkungen dies auf unsere Umwelt und unsere Gesundheit hat. Definitiv. Umweltverschmutzung kann sich sowohl auf die Ökosysteme als auch auf das menschliche Wohlbefinden nachteilig auswirken. Können wir als Einzelpersonen etwas tun, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren? Absolut. Wir können damit beginnen, Energie zu sparen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und eine angemessene Abfallwirtschaft zu praktizieren. Kleine Änderungen in unseren täglichen Gewohnheiten können einen Unterschied machen. Das ist richtig. Jede Anstrengung zählt, wenn es um den Schutz der Umwelt geht. Gibt es staatliche Initiativen oder Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung? Viele Regierungen haben Vorschriften und Programme zur Verringerung der Umweltverschmutzung eingeführt, zum Beispiel Emissionsstandards und Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung. Das ist ermutigend zu hören. Die Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen, Gemeinschaften und Regierungen ist von entscheidender Bedeutung. Absolut. Es erfordert kollektives Handeln, um die Umweltverschmutzung wirksam zu bekämpfen. Denken Sie, dass Sensibilisierungskampagnen dazu beitragen können, die Menschen über die Bedeutung der Verringerung der Umweltverschmutzung aufzuklären? Ja, Sensibilisierung ist unerlässlich. Bildung und Information können Menschen dazu inspirieren, umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, das Wort zu verbreiten und andere zu ermutigen, sich den Bemühungen anzuschließen. Definitiv. Wir alle können dazu beitragen, uns für eine sauberere und gesündere Umwelt einzusetzen. Gehen wir mit gutem Beispiel voran und treffen wir bewusste Entscheidungen, um die Umweltverschmutzung in unserem eigenen Leben zu reduzieren. Das ist eine großartige Denkweise, John. Gemeinsam können wir einen positiven Einfluss auf unseren Planeten haben. Ich bin motiviert, meinen Teil dazu beizutragen. Lassen Sie uns auf eine sauberere und grünere Zukunft hinarbeiten. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Unser Planet verdient unsere Fürsorge und Aufmerksamkeit. Lektion 17 Hast du irgendwelche Pläne für den Muttertag? Anna, hast du irgendwelche Pläne für den Muttertag? Ja, John. Ich habe vor, den Tag mit meiner Mutter zu verbringen und ihr zu zeigen, wie sehr ich sie schätze. Das ist wunderbar. Wie planst du zu feiern? Ich denke darüber nach, sie zu einem schönen Brunch mitzunehmen und ihr ein durchdachtes Geschenk zu machen. Das klingt nach einer schönen Art zu feiern. An was für ein Geschenk denkst du? Ich überlege, ihr einen Spa-Geschenkgutschein zu besorgen. Sie verdient etwas Entspannung und Verwöhnung. Das ist eine großartige Idee. Mütter verdienen immer etwas mehr Pflege und Entspannung. Absolut. Sie tun so viel für uns und der Muttertag ist eine perfekte Zeit, um unsere Dankbarkeit auszudrücken. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass wir unseren Müttern unsere Liebe und Wertschätzung zeigen. Planst du etwas Besonderes für deine Mutter, John? Ja, ich möchte sie mit einem Frühstück im Bett und einer handgeschriebenen Karte überraschen, auf der ich meine Liebe und meinen Dank ausdrücke. Das ist eine herzliche Geste. Ich bin sicher, sie wird es zu schätzen wissen. Ich hoffe es. Ich möchte, dass sie sich am Muttertag besonders und geliebt fühlt. Das ist die Essenz des Tages, unseren Müttern das Gefühl zu geben, geschätzt und geschätzt zu werden. Absolut. Wir sollten dafür sorgen, dass sich jeder Tag wie Muttertag anfühlt, aber es ist schön, einen eigenen Tag zu haben, um sie zu ehren. Einverstanden. Es ist eine Erinnerung daran, innezuhalten und über die unglaubliche Rolle nachzudenken, die unsere Mütter in unserem Leben spielen. Und für diejenigen, die ihre Mütter vielleicht nicht in der Nähe haben, ist es eine Gelegenheit, sich an ihre Erinnerung zu erinnern und sie zu feiern. Das ist ein wunderbares Gefühl, John. Der Muttertag kann auch eine Zeit der Besinnung und Erinnerung sein. Machen wir das Beste aus diesem Tag und drücken wir den großartigen Müttern in unserem Leben unsere Liebe und Dankbarkeit aus. Absolut, John. Alles Gute zum Muttertag an alle wundervollen Mütter da draußen. Lektion 18. Warst du jemals in der Studentenschaft engagiert? Anna, warst du jemals in der Studentenschaft engagiert? Ja, John. Während meiner Studienzeit war ich Teil der Studentenschaft. Das ist interessant. Welche Aktivitäten organisiert das Studentenwerk? Die Studentenschaft organisiert verschiedene Veranstaltungen wie soziale Zusammenkünfte, Workshops und Spendenaktionen. Das klingt aufregend. Was ist der Hauptzweck der Studentenschaft? Der Hauptzweck besteht darin, die Interessen und Rechte der Studierenden zu vertreten und zu vertreten. Wie arbeitet das Studentenwerk mit der Studentenschaft zusammen? Die Studentenschaft arbeitet im Rahmen von Treffen, Umfragen und offenen Foren mit den Studierenden zusammen, um Feedback zu sammeln und Bedenken auszuräumen. Es dient also als Plattform, auf der die Stimmen der Studierenden gehört werden können? Absolut. Es gibt den Studierenden eine kollektive Stimme und leitet ihre Ideen und Anliegen an die Verwaltung weiter. Das ist wichtig. Wie werden die Mitglieder der Studentenschaft gewählt? Die Mitglieder werden in der Regel durch ein demokratisches Wahlverfahren gewählt, bei dem die Studierenden für ihre bevorzugten Kandidaten stimmen. Gibt es eine spezifische Struktur innerhalb des Studentenwerks? Ja, die Studentenschaft hat in der Regel einen Präsidentenwerk. Was sind einige der Vorteile eines Engagements im Studentenwerk? Wenn Sie sich in der Studentenschaft engagieren, können Sie Führungsqualitäten entwickeln, positive Auswirkungen erzielen und ein starkes Netzwerk aufbauen. Das klingt nach einer wertvollen Erfahrung. Kann jeder Student der Studentenschaft beitreten? Ja, normalerweise kann jeder Student der Studentenschaft beitreten und zu ihren Aktivitäten und Initiativen beitragen. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, vor denen das Studentenwerk steht? Zu den Herausforderungen gehören der Umgang mit unterschiedlichen Meinungen, das Ausbalancieren der Bedürfnisse der Studierenden und die Koordination der Logistik für Veranstaltungen. Wie können Studierende das Studentenwerk unterstützen? Studierende können die Gewerkschaft unterstützen, indem sie an ihren Aktivitäten teilnehmen, ihre Ideen austauschen und sich freiwillig für verschiedene Projekte engagieren. Das ist großartig! Für Studierende ist es wichtig, sich aktiv einzubringen und ihre College-Erfahrung mitzugestalten. Absolut! Die Studentenschaft ist eine Plattform für Studierende, um positive Veränderungen auf dem Campus zu beeinflussen. Ich bin inspiriert, mich in der Studentenschaft zu engagieren. Danke fürs Teilen, Anna! Du bist willkommen, John! Es ist eine lohnende Erfahrung. Ich bin mir sicher, dass du einen Unterschied machen wirst. Lektion 19. Hast du irgendwelche Tipps, wie du Strom sparen kannst? Anna, hast du irgendwelche Tipps, wie man Strom sparen kann? Ja, John! Es gibt mehrere einfache Schritte, die wir ergreifen können, um Energie zu sparen. Was können wir als erstes tun, um den Stromverbrauch zu reduzieren? Wir können damit beginnen, Lichter und Geräte auszuschalten, wenn sie nicht benutzt werden. Das ist eine einfache Möglichkeit, Energie zu sparen. Wie sieht es mit der Nutzung von natürlichem Licht während des Tages aus? Genau! Das Öffnen von Vorhängen und Jalousien, um Sonnenlicht hereinzulassen, kann dazu beitragen, den Bedarf an künstlicher Beleuchtung zu reduzieren. Gibt es energieeffiziente Geräte, die wir in Betracht ziehen sollten? Ja, die Wahl energieeffizienter Geräte mit hohen Energy Star-Bewertungen kann den Stromverbrauch erheblich senken. Es ist gut zu wissen, dass kluge Entscheidungen beim Kauf von Geräten einen Unterschied machen können. Ein weiterer Tipp ist, elektronische Geräte vom Stromnetz zu trennen oder Steckdosenleisten mit Scheitern zu verwenden, um den Stromverbrauch im Stand-by-Modus zu verhindern. Das behalte ich im Hinterkopf. Die Stromversorgung im Stand-by-Modus kann oft unbemerkt bleiben, verbraucht aber trotzdem Energie. Die Verwendung von Deckenventilatoren anstelle von Klimaanlagen kann ebenfalls dazu beitragen, Strom zu sparen. Das ist ein großartiger Vorschlag, besonders bei mildem Wetter. Was ist mit unseren Heizsystemen? Wenn Sie den Thermostat im Winter ein paar Grad niedriger und im Sommer ein paar Grad höher einstellen, kann Energie gespart werden. Ich stelle den Thermostat entsprechend ein und kleide mich entsprechend, um mich wohlzufühlen. Eine weitere Möglichkeit, Strom zu sparen, besteht darin, Kleidung nach Möglichkeit in kaltem Wasser statt in heißem Wasser zu waschen. Das ist eine einfache Änderung, die einen Unterschied im Energieverbrauch bewirken kann. Es lohnt sich auch, energieeffiziente Beleuchtungsoptionen wie LED-Lampen in Betracht zu ziehen. LED-Lampen halten länger und verbrauchen weniger Energie, oder? Ja, sie sind energieeffizienter als herkömmliche Glühlampen. Gibt es andere allgemeine Praktiken, die wir anwenden können, um Strom zu sparen? Ja, die Nutzung natürlicher Belüftung, die richtige Isolierung unserer Häuser und die regelmäßige Wartung von Geräten können zur Energieeinsparung beitragen. Das sind großartige Vorschläge, Anna. Strom sparen kommt sowohl der Umwelt als auch unserem Geldbeutel zugute. Absolut, John. Energieeinsparung ist eine Win-Win-Situation für alle. Ich werde sofort mit der Umsetzung dieser Tipps beginnen. Danke fürs Teilen, Anna. Du bist willkommen, John. Jeder kleine Schritt zählt. Lassen Sie uns unseren Beitrag zur Stromeinsparung leisten. Lektion 20 Hast du bemerkt, wie nett unsere Universität ist? Anna, ist dir aufgefallen, wie nett unsere Universität ist? Ja, John. Ich bin wirklich beeindruckt vom Campus und seinen Einrichtungen. Die Gebäude sind modern und gut gepflegt. Und das Campusgelände ist wunderschön angelegt. Ich liebe es, dass es viele Grünflächen und Gärten zum Entspannen gibt. Die Klassenzimmer sind geräumig und mit der neuesten Technologie ausgestattet. Die Bibliothek ist auch fantastisch. Es hat eine riesige Sammlung von Büchern und Ressourcen. Ich stimme zu. Es ist ein großartiger Ort zum Studieren und Forschen. Die Mitarbeiter der Universität sind freundlich und immer bereit zu helfen. Das stimmt. Sie machen unsere Hochschulerfahrung noch besser. Ich schätze die verschiedenen angebotenen Dienstleistungen für Studierende, wie Beratung und Berufsberatung. Es ist beruhigend zu wissen, dass Support verfügbar ist, wenn wir ihn benötigen. Ich bin auch beeindruckt von den außerschulischen Aktivitäten und Clubs auf dem Campus. Sie bieten die Möglichkeit, unseren Leidenschaften nachzugehen und Gleichgesinnte zu treffen. Die Universität organisiert auch das ganze Jahr über spannende Veranstaltungen. Ja, diese Veranstaltungen schaffen eine lebendige und ansprechende Atmosphäre auf dem Campus. Die Universität fördert wirklich das Gemeinschaftsgefühl unter den Studierenden. Absolut. Es ist eine einladende und integrative Umgebung. Ich bin dankbar, Teil einer so schönen Universität zu sein. Ich auch, John. Machen wir das Beste aus unserer Zeit hier und schaffen wir unvergessliche Erinnerungen. Auf jeden Fall, Anna. Unsere Universitätserfahrung ist etwas, das wir schätzen sollten. dass wir uns z dit haben, aber auch nicht mit der